Liebe Freunde, willkommen zurück bei uns in der Werkstatt und ich zeige euch heute ein schönes neues Teil. Was verbirgt sich hinter dieser schönen Verpackung? Es ist keine Schaltplatte, es ist die neue State 6 RT-Bremsscheibe. 200 mm, diese Version passend für Piaggio Zipp und viele Vespa-Modelle, schwimmend gelagert für bessere Wärmeverteilung, gefertigt in Italien aus hochwertigsten Materialien, damit ihr eine enorm gesteigte Bremsleistung habt und das auch in Extremsituationen. Ihr seht, ganz klar gemacht für die Rennstrecke, funktioniert aber natürlich auch im Alltag. Alle Infos zu dieser Scheibe findet ihr bei uns im Shop wie immer im Beitrag verlinkt oder in der Story. Das war's für den Moment, danke für die Aufmerksamkeit, Küsschen und bis bald.